Hey, ciao zusammen, das ist Thomas und ich bin im Schweizer Nazi-Outfit, der Liao, es ist 1-1 zwischen Brasilien und der Schweiz, das ist mein Freund Joel, er ist ein ehemaliger Halbprofi im Fußball, genau, wir sagen Hopp Schweiz, da ist der John, er ist voll im Fieber für die Schweiz, Shaqiri, 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 Shaqiri und der Aaron, mein Freund ist gerade weg, ich weiss nicht, wo dran ist, Green, wo ist der Aaron? Hey, es ist 1-1, Schweiz gegen Brasilien, genau, vielleicht schlimmer ist es noch, Leland, Leland, what do you think? Sie sagen Hopp Schweiz, Hopp Schweiz, ok, grösse in die Schweiz, wir verfolgen das hier live, ok, wir verfolgen das live und du hast den Nebengeschossen, also, wir haben grösse in die Schweiz, Schwyz und Hopp Schweiz!